Was immer es ist, lasst es draußen. Dann kannst du immer noch einen schönen Abend nehmen. Hey Jackie, du siehst wunderbar aus. Ich nehme Brandy H. Na bitte, das würde man gerne. Ein Brandy, scheiß Brandy. Ich nehme auch einen. Hast du denn das, Jackie? Bekomme ich jetzt bitte einen Brandy H? Sag's ihm schon. Sag mir was. Jackie. Bist du unwiderruflich im Ruhestand? Ich bin im Ruhestand. Unwiderruflich. Ich bin unwiderruflich im Ruhestand. Wieso? Worum geht's? Wir, wir bekamen eben einen Anruf, kurz bevor wir aus dem Haus gegangen sind. Ja und? Der Anruf kam aus London. Er ist unwiderruflich im Ruhestand. Moment mal, Lies. Also nochmal, ganz von Anfang an. Wir bekommen einen Anruf. Das Telefon klingelt. Es geht um einen Job. Ja. Und die wollen mich? Ja. Die wollen niemanden anders? Nein. Okay. Die wollen mich? Okay, du hast mich gefragt. Und ich habe Nein gesagt. Also, wozu reden wir noch Jack? Wozu? Es war Don Logan. Shit. Don Logan? Es tut mir leid, gar nicht. Ich wusste noch nicht, was ich sagen soll. So schuldig. Wieso hat er eigentlich bei euch angerufen? Wieso hat er nicht bei uns angerufen? Ey, weil der weiß schon, was diesem Arsch durch sein Gehirn schießt. Mann, hätte es bloß nicht diese Scheißhörer abgenommen. Ey, es kann keiner was dafür. Musik